hallo so hallöchen zu einer neuen folge für frestos popestos richtig richtig da hinten ist schon wieder ein paar eingeborene da ist ja gar nicht mehr auf also auf hardcore ist schon hardcore das ist echt hardcore das ist echt hardcore 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 ich hätte vielleicht erst aber wir könnten die knochen gebrauchen eigentlich ne ich überlege habe ich die angreifen absicht die kreis sind ganz aggressiv ich mache fernkampf springt nicht darum nicht mehr so krass ich treffe hier auch richtig schlecht muss ich sagen ich war schon mal besser komm schon jetzt verreckt die halten richtig viel ich habe keine falle mehr ich habe keine falle mehr komm zu mir 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 ah stimmt ich kann eigentlich weg vom beet ich sagst du es halt das wollte ich nicht ich sag jetzt ja nicht dass du ein bein oder so gefressen hast ne das nicht aber irgendwas verkohltes lag drauf und das hab ich gefüttert achso das war so ein kleines fleischchen vom vogel das war verkohlen ja das wird also das ist echt langsam hart ne die sind echt viele du kommst gar nicht mehr zu irgendwas anderem ja meine rüstung ist schon ich habe gar keine mehr deswegen war ich ja die ganze Zeit so schnell down ich habe doch so viele pfeile eingesammelt wieso sind die einfach wieder alle weg krass gut aber pfeile ganz ehrlich die sind unten mehr die haben wir relativ in unmenge haben wir einen ganz guten platz ja ja hab ich sag mal die selbstgemachten pfeile oh das ist ein hasen ja 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 selbstgemachten pfeile sind aber richtig scheiße ja eben deswegen sagt ich ja das wir haben ja da die anderen dieses lager ja haben wir nur zwei jawohl leute die zum verbrannt wie viel hast du reingeschmissen ein eigentlich muss ja noch irgendwo ja da muss ja noch irgendwo einer liegen weil ich glaube wir haben vier gekillt hm ne das waren nur drei oder ich glaube wir haben nur gegen drei gekämpft ne da waren vier das weiß ich aber ich weiß nicht ob einer weggelaufen ist das weiß ich nicht achso aber ich glaube wir haben nur gegen drei gekämpft ich war mir fast sicher dass ich drei gekillt habe ne ich tue vielleicht nicht aus dausend und vielleicht meine waffe auf meinen shortcut legen welche waffe achso du meinst achso du meinst ah mhm ja weil die achs macht glaube ich nicht so viel schaden 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 oh ja komm eine handgemachte keule die macht richtig schaden ja das stimmt das ist vielleicht gar nicht mehr so blöd ne weil ausdauer kann man vielleicht auch eventuell mal kurz im inventar erledigen das wird sie schon wieder dunkel ja das ist echt hart komm her vogel ich will deine federn und dein fleisch na gut dann hab ich gesagt was du ausgehen darfst gut als so hm ja das feuer ist ausgegangen ich weiß nicht warum achso ja soll man schlafen gehen oder kann man schon schlafen man könnte schlafen kurz ja gleich kann man schlafen ich speichere mal dann warten wir aber noch kurz bis es wirklich dunkel ist ja ja klar äh ich komm hier nicht mehr raus achje eigentlich könntest du jetzt genau gucken wo du das licht haben willst die fackeln ja ja weil das ist deine aufgabe eigentlich vor den treppen dann eigentlich ähm immer so zwei so als eigentlichen oder immer so nur eins so als hier so wo ich jetzt stehe so warte es gibt ja dieses deckenschädellampe kann man die da ne man kann so so hin ah das ist weil man kann so auf dem boden oder an die decke oder ne schädeldecken ne das kann man nicht an so ja an ne schädeldekoration kann man nicht das wärs halt irgendwie wenn man kronleuchte aus knochen was äh auch geil wär also ich ich gäbs also ich sag jetzt mal was und zwar ähm wir wollen hier flach äh 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 Dächer machen ne das sind einfach nur flache Dächer also eigentlich nur ne ne äh noch den boden drüber ziehen ne ja und dann könnten wir so kronleuchte aus knochen und dann könnten wir hier ein bisschen drüber stehen lassen und dann könntest du hier deine äh äh hängelampen hin machen oooohh ja des des wär ne idee des könnte man oder was könnte man machen ja das ist kein keine schlechte idee ne könnte man da die türen beleuchten ne keine schlechte idee sehr gut ja jetzt ist schon dunkel genug oder so guten morgen schatz ein wind ist da so hm hm ja hm wo ist denn jetzt dieser dieser Steinweg Felswand Felspfad wie geht denn das hier ja nicht hier so drehen komm ich mag drehen 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 ne 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 so geht es schon mal nicht ne 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 ich wollte nur gucken damit ich nichts rohes hier im mitnottar habe ne irgendwie ne das fühlt man jetzt nicht so wügg wügg weg weg helicopter das ist geil okay das ist ne mega geile idee H Mohammed Ahhhh! Na? Ne, das Spawn? Ja, das Spawn, das ist... ...Massler. Spawn ist... naja... ...Aber ich weiß nicht, trotzdem... ...Kack, Bauen eigentlich von Subforest ist das einfach ein wunderschönes Spiel, ne? Na ja. Hmhmhm. Vielleicht mal von hier anfangen? Ah, wie wärs, wenn man einfach so eine Kreuzung abkreuzung macht? Ja. So, dann... Hast du Hunger? Oh, ja. Ich hab dir mal was draufgeschmissen, es wird grad gebraten. Nice. So. Bringt ein bisschen aus, vielleicht nicht ultra viel, aber... Ähm. Warte, ist hier grad ein Geräusch von einem Mutanten. Oh shit. Da hinten, hinten. Oh scheiß. Bitte nicht zu uns, geh weg da, geh weg da, vielleicht sieht er uns nicht. Lol, das ist ja noch richtig fetter. Da, da, da darf jetzt nicht in unsere Siedlung ran. Nee, bitte nicht, ohne Witz. Deswegen geh ich grad, deswegen schleiche ich mich grad so weg, damit er uns nicht sieht. Zumindest aufs offene Feld gehen oder sowas, das uns verfolgt und... Geh ich von uns vom Garten weg, ich sag's dir. Ohne Witz, wenn der jetzt über's Garten... Oh, nee. Wenn er nur drüber geht... Das sind zwei! Das sind zwei! Was? Das sind zwei! Geh weiter weg, geh weiter weg, geh weiter weg. Bitte greif nicht die Häuser an, bitte greif nicht die Häuser an. Ich glaub, was... Aber der eine geht in unsere Richtung, oder? Also der... Weil die werden doch nicht grundlos Gebäude angreifen. Nee, das machen die anderen auch. Aber nee, sieht gut aus. Bleib einfach weiter weg und geduckt. Oh, fuck. Nee, auf Hardcore-Netz, das kann man gar nicht mehr so richtig bauen. Naja, ich glaub aber, da ist auch der Survival-Aspekt im Vordergrund. Das ist dieses... Ja. Dass du... Ich find das aber gut, ich find das geil. Also ich find... Ja, ja. Weil beim anderen, das war schon ultra leicht. Also wir haben ewig lang durchgehalten. Ja. Ich kann wieder Richtung... ...Alt hoch. Also das war schon... Ding. Essen und Durst. Mhm. Gut, aber... Die Frage ist, ob die jetzt einfach so weitergehen? Also ich geh langsam in Richtung... Oh, da ist noch Kleinviecher. Wo? Wir laufen grad zu den großen Montanten. Okay. Ich geh grad Richtung Haus wieder. Also gut, du siehst mich eh. Ja. Aber ich glaub, auch wenn wir so eine Palisade bauen würden... Das bringt, glaub ich, nicht viel, oder? Die reißen einfach... Die reißen das relativ schnell nieder, ja. Und diese Spitzen davor, die haben keinen Schaden gemacht, ne? Nee, die haben keinen Schaden gemacht. Das fand ich richtig bad. Also das hätten die ja schon machen können, dass sie Schaden macht. Das wär cool gewesen. Ja. Glaubst du, die haben das vielleicht schon eingeführt? Nee, irgendwie hab ich... Schlechtes... Weil sonst hat das ja keinen Grund, die hinzubauen, eigentlich. Die, die, die den eigentlich auch nur als Mauer dann. Die sie einreißen können. So. Haben wir gut ausgewichen. Äh, Essen ist... Aber ich find es richtig cool, dass die wirklich weiter gehen. Weiter ziehen und nicht einfach dann in den Lager rum... Ja. Hier, hier, ich hab Essen hier drauf. Und du bist es nicht mehr. Achso. Und du bist jetzt schon voll. Nö. Aber verkokelt. Ja. Ja, weil es zu lang dran war. Gut, hat nicht viel gebracht. Ne, ich esse es eigentlich jetzt immer direkt. Ja, ne. Das war ein Vogel. Die, die hab ich, äh... Ah, okay. Frisch gemacht gehabt eigentlich für dich. Und nicht das Getrocknete. Weil ich denk mir, das Getrocknete kann man so für Notfall, äh... Bissl auch aufbewahren, weil das ja nicht schlecht wird. Und wenn ich grad Zeit hab, kann ich ja Vögel schnell schlachten. Jo. Das ist ne gute Idee. Weil das mit den Wegen ist voll, voll die geile Idee. Ich hab mir gedacht, ich vielleicht so ne Kreuzung machen. Muss man da von oben noch den Weg irgendwie herführen? Ja, aber das sind die... Aber das sind die... Das kommt hier hier, guck. Dann muss das... Das ist ein bisschen der Weg hier. Das ist problematisch. Wenn du das ein bisschen schräger machst, das ist so, dass wir so hinkommen. So. Vielleicht bisschen kürzer, ja. Hast du gesagt, dass der Weg hier gerade hoch geht? Ja. Fangen ich vielleicht da oben an und dann... Das sind die zwei Mutanten wieder, ey. Ich bräuchte nicht jetzt was zu trinken. Es sollte mal wieder regnen, meine Verständnis. Aber das sind zwei unterschiedliche, ne? Also das ist diese eine mit den ganz vielen Beinen und der andere der Fettklops da. Obwohl, ne. Es gäbs ja noch einen richtigen Fettklops. Es gibt's ja drei. Eigentlich. Oh. Hm? Ich hör schon wieder einen Mutanten. Ja, ich glaub das sind immer noch die da hinten. Oder? Der war doch grad so da... Gott. Der war doch grad von da oben eigentlich. Alter, dass jetzt schon die Mutanten so richtig kommen, das ist... Ja, aber das heißt schon. Ich glaub wir sind schon viele Nächte unterwegs. Das sehen wir ja. Warte, wenn ich jetzt B drück. Das hält sich glaub ich noch in Krems ein. Ta... 14 Tage. Ja, aber... Geistige Gesundheit. Das... Aber das Lustige ist ja damals, wo wir angefangen haben, auf Normal, da waren wir ja... Da waren wir ja bei Tag, was weiß ich, 240 oder sowas. Ja. Und da haben... Sind die Mutanten nicht mehr gekommen, das ist halt irgendwie... Ja, das find ich aber geil. Lustig. Ich find das cool, weil wir... Wir haben ja extra so ne vollfette Basis gebaut mit... Mit Not. Ach da ist der... Da ist der dritte. Ne. Ah ne. Hä lol. Das war ja voll der Bug grade. Äh... Die kommen grad zurück. Was? Der eine läuft grad so am Strand entlang. Und ich seh den Stoff. Ich seh... Ich seh ganz viele... Kleine Dinge. Oh Gott. Ich hoffe, dass die aber wirklich verschwinden wieder. Oh! Das sind... Das sind ganz große Fettklops. Zwei. Das sind wieder zwei Mutanten. Das sind drei Mutanten. Lol. Drei Mutanten oben, zwei Mutanten unten. Oh shit. Shit, alter. Guck mal. Oben drei, unten zwei... Wir haben auch überhaupt keine Rüstung oder sowas, ne? Also das... Alter, das sind grad... Wir haben nicht mal Bomben oder sowas. Alter, ich glaub da brauchst du da... Jetzt weiß ich den Sinn von Bomben. Ehrlich. Ja, jetzt... Al... Oh, alter. Alter, das ist grad echt hart, ne? Also wenn wir gegen... Da sterben wir beide 100 pro. Ja. Hahaha. Scheiße. Und dann stellen wir vor, da kommen noch so kleine Viecher irgendwie noch so... Boah, da wären wir am Arsch. Ach. Ich lauf mal in diese Richtung, um Stoff zu holen. Aber die... Gehen eher... Weg, die Mutanten. Mhm. Oh, die drehen um. Die drehen um. Pass auf. Ey, der eine läuft irgendwie grad so ganz komisch in... Voll in unserer Lage... Oh, der vierte kommt dazu. Der eine läuft in unser Lager. Der wird auch relativ schnell. Ich glaub, der hat dich gesehen. Alter, ich bin hinter dir. Hahaha. Hahaha. Fuck, ich dachte... Oh. Loll. 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 Lauf. Lauf. Oh, er hat sich wieder... Beruhigt, glaub ich. Oh, der andere nicht. Lol, die laufen grad alle in unsere Richtung. Ich glaub, wir sollten mal ne Wanderung machen. Ich bin mal voll dafür. Ja. So, ja. Komm, das ist Besuchsstoff, oder? Ja, geil. Aber vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir uns ein bisschen wegklucken. Slang ist jetzt in Abwesenheit nicht unsere Qualcomm. Alles gut. Ich glaub, das macht... Aber das wär megaassi, ne? Jaaa, schon. Aber das Dumme ist, wenn wir jetzt weit weg gehen, ich hab nix dabei, ne? So... Keine No-Fallation. Ja, ja. Es wird nichts dabei gehen. Aber hier ist grad ein bisschen Stoff, ne? Oh. Oh. Wobei ich... Achso. Hier oben könnte man uns schön verteidigen. Ja. Weil wir können beide mit... ... oben runterhauen. Der ist riesig, oder? Das ist ja... Holy shit, was recht im Zaun. Alter, wir hauen da zu zweit drauf. Oh. Ich will gar nicht wissen, was die Mutanten aushalten. Ich will's gar... Ach du Schei... Lauf, 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 lauf. Ich will's Wasser. Fuck sind das... Oh mein Gott, wir sind so am Arsch. Komm, wir sch... Wir laufen zur Insel dahinter. Warte, wie viele Pfeile habe ich denn? Uhuh, 30 Pfeile, ne? Also 30 Pfeile brauche ich wahrscheinlich für einen Mutanten. Wenn nicht sogar mehr. Alter! Es ist genau das passiert, was... Wofür haben wir Angst hatten. Mutanten und dann vier oder fünf kleine Viecher. Komm, wir haben wir sollten vielleicht die noch bekämpfen, bevor die Mutanten da sind. Oh ne. Nicht deine Pfeile für die... Für die verschwenden. Die brauchst du vielleicht für die Mutanten. Wow, die... Loll, die kommen wir hierher. Oh... Er ist tot. Oh, ich wurde erwischt. Das ist einfach so hart auch, wenn du erwischt wirst, Alter. Oh, oh, Mutanten. Oh, oh, oh. Jetzt stellt sich heraus, dass du schwimmen kannst. Das wär so hart, Alter. Oh, es gibt doch Haie, oder? Das wär jetzt... Das wär jetzt so ein... Oh, Alter. Das wär jetzt so ein Pech. So... Sollen wir hinter zur Insel vielleicht mal. Welch Insel? Da hinten. Das ist ne Insel. Bitte kein Hai. Bitte kein Hai. Vor allem, wir hatten eigentlich diese... Wir hatten eigentlich... Die Folge geht gar nicht vor, irgendwie zu kämpfen oder sowas in der Art. Ne, wir hatten eigentlich... Egal, wir wollten eigentlich bauen. Oh nein. Oh Scheiß. Aber es ist eigentlich genau so, wie wir uns eigentlich... Das heißt, es zu langweilig wird. Aber jetzt wollten wir eigentlich bauen und jetzt kommen wir gar nicht richtig dazu. Ja, so richtig nicht. Aber ich finde, jetzt ist es eben gerade spannend eigentlich, ob... Ja. Es baut sich nicht schnell. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht übertrieben wird. Weil ich meine... Ich glaube, wir sollten uns vielleicht jetzt langsam mal drauf konzentrieren. nicht mehr hier... Schön bauen und so. Sondern vielleicht mal, äh... Mit Fallen und so. Mit Fallen und... 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 Vielleicht mal ne Mauer oder so. Weil... Ich glaube, die Mauer bringt's in der Hinsicht schon. Weil... Wir dann in der Mauer bauen können, ohne dass wir uns sehen. Das ist ne Schuldgrüte. Ja, ich seh's auch. Weißt du, wie ich mein? Ja. Weil dann bist du ja ein bisschen abseits vom Schuss. Hast du nicht getan. Alter, wie viel hätte ich aus? Stirb. Wir könnten die hier aber aufstellen. Weißt du, was ich gerade... Weißt du, wie ich mein? Wenn wir hier auf dieser Insel... So ein kleines Notfall... Äh... Ja, dann bräuchten wir auch ein Flo... Ne, die Insel ist aber schon weit weg von unserer Bar. Das ist ja wirklich nur ein Notfall. So wie jetzt. Guck mal, wir... Wir wollten hier gar nicht her. Wir sind weggelaufen. Ja. Aber ich würd vielleicht echt noch ein Floß bauen. Ja, ein Floß zwischen... Hier und da drüben. Da drüben bei den zwei Dingern... Vielleicht so ein Ding... Nur so wirklich... Aber siehst du... Siehst du die Insel da hinten, wo ich grad hinschaue da? Die ist vielleicht näher, oder? Ja, da hast du recht. Da könnten wir uns überlegen. Oder vielleicht mal einen Floß bauen, ein bisschen rumfahren und dann... Ich glaub wirklich so nur als Notfall... Als absoluter Notfall rückzusorten. Nicht viel. Hier nur das Nötigste. Also hier dann so gesagt nur so eine Schildkröten-Ding. Äh... Wo Wasser drin ist, wenn's regnet. Ja. Ein Lagerfeuer schonmal. Also jetzt nicht hier, sondern... Und dann so eine Hütte. Und vielleicht eine Hütte zum Schlafen und zum Speichern. Ja. Irgendwo so... Also wenn wirklich wir angegriffen werden und Unmengen von Gegnern da sind. So wie jetzt. Dass wir einfach nur, wenn wir weglaufen, schwimmen wir zurück. Oder? Ja, aber wir könnten leicht zeitlich schwimmen zu den Containern vielleicht. Ähm... Dass wenn wirklich... Oder wenn unsere Basis überrannt wird. Unsere Hauptbasis. Dass wir so einen leichten Rückzugsort haben. Das könnte man bei Harzowall wirklich brauchen. Oder bei normalen Schwierigkeitsgrad. Ja... Ja... Da war das ein bisschen... Dass wir einfach damit über was zu bauen hatten. Bei der ersten Staffel. Aber... Ja, aber hier könnte man das echt... Termin benötigen. Hier könnte man das wirklich benötigen. So wie jetzt eigentlich. So wie jetzt eigentlich. Weil wir stellen mir vor, es wäre jetzt Nacht. Da wären wir hier voll am Arsch. Wir würden frieren wie Kacke. Ja. Dann würden wir jetzt sterben. Sag ich. Weil wir frieren ja in der Nacht auch, ne? Mhm. Wenn wir nass sind. Vor allem wenn wir jetzt noch nass sind. Ja. Gut, dann bauen wir jetzt als nächstes mal gerne mal ein Floß. Und dann... Machen wir das glaube ich gleich. Ja. Ja. Weil das war jetzt schon hart. Das waren ja 5 Mutanten. Mhm. Von dem wir weggelaufen sind. Ausgeglichen sind. Und dann laufen wir weg. Und dann kommen noch 5 Kleinviecher. Das war schon übel jetzt. Die Frage ist halt jetzt. Ob sie immer noch in unserem Lager rumgammeln. Ob sie jetzt weitergegangen sind. Oder laufen sie am Strand? Kleinviecher? Ist das jetzt wirklich nur das Kleinviecher? Neuer? Oder... Weil ich die Mutanten sehe? Oder die anderen? Mutanten sehe ich jetzt auch nicht. Schauen wir mal. Ob es bei dem einen bleibt. Ja und wie es ausschaut, wir brauchen dann dringend jetzt irgendwie so eine Bombenproduktion. Oh ja. Und dann. Aber ich glaube da muss man auch mal eine Höhlentour machen. Da braucht man diese Masterbox. Aber da habe ich eigentlich glaube ich ein paar eigentlich. Aber das Ding ist einfach... Ich bin nie gerüstet für eine... Für ein... Eine Tour. Eine Höhlentour oder so. Weil ich... Meine Rüstung ist immer weg. Immer wenn ich neue kriegen würde. Verliere ich aber auch immer wieder was. Ja das ist Stoffproblem. Das ist echt so eine Mangelwaren im Spiel. Ja gerade richtig hart. Und das Ding ist halt jetzt auch... Deswegen kämpfe ich die ganze Zeit ohne Rüstung. Damit ich vielleicht mal eine Hoffnung habe. Damit ich... Loll. Das ist schon manisch. Die brauchen wir unbedingt. Kannst du gar nicht mitnehmen oder? Doch aber du... Ah du kannst mitnehmen. Die... Ja perfekt. Da war doch noch ein FG ja? Da oben ist es so. Oh hier ist ein Zettel drin. Ach das ist die Passagierliste. Oder? Haben wir es gefunden? Habe ich das schon mal aufgenommen? Weiß ich nicht. Da drin oder wo ist es? Ja. Da habe ich es wohl schon aufgenommen. Gut. Es ist so lustig, dass die Glasscheiben drin sind. Na vor schon? Vorsicht, Vorsicht! Okay. Jetzt habe ich gedacht, du bist vielleicht im Endeffekt. Ich bin wieder so ein fetter Typ. Das musst du kurz machen, weil ich gar kein Leben habe. Wieso? Weil ich mich einmal erwischt habe. Weil das Wechseln zwischen Waffe und Ding so lange laut hat. Ja. Nehmen wir gleich mit. Ja. Hast du mal einen Pfeil mitgenommen? Äh... Nein. Der ist wohl... Oh das sind richtig viele FGs im Moment. Oh geil. Die nehme ich noch mit. Moment schauen wir mal kurz. Sind die Mutanten noch mit? Nö. Bei mir ruckelt das denn nun wieder mal. Meinst du die Insel eigentlich? Ja genau. Die wäre halt näher oder? Ja. Die ist ganz gut. Wäre besser zu berauen. Wo war das andere FWG? Hier glaube ich. Oder ne? Fuck. Was? Okay warte. Zwei kleine Viecher sind... Drei... Eins, zwei, drei, vier sehe ich. Ja. Aber keine Mutanten. Keine Mutanten. Aber ich habe kein Leben. Ähm. Energie. Komm. Geht einfach bitte weiter einfach. Und ich habe auch keine Aloe Vera um schnell irgendwie selber Leben herzustellen. Also ich habe gerade gar nichts. Ich habe auch keine Medizin dabei. Moment ich kann dir vielleicht was ab. Ne ne. Alles gut. Das ist sobald wir... Solange wir jetzt nicht gegen die kämpfen. Bei der eins, zwei, drei, vier... Fünf. Sexy. Vielleicht würde ich da nicht mit den Leuten... Glaubst du die gehen einfach weiter? Ja wenn... Echt wir ein bisschen warten bis die vielleicht weiter weg sind. Ich sehe es aber auch gar nicht ne. Doch doch. Direkt vor uns. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Öh. Die werden mir gar nicht angezeigt. Jetzt laufen sie in den Wald rein. Ja. Die laufen in den Wald rein. Lassen sie gut aufgucken. Ja. Jetzt stehen sie wieder am Rand des Waldes. Sind sie stehen geblieben. Lassen sie in den Wald rein. Ah ja. Ich dachte jetzt das ist ein Mutant neben mir. Weil du das den Dinger und Typen auf die Schulter hast. Ja das ist ein Regenbogen. Ja wo? Ach ja stimmt. Und. Lol. Wollen wir dann jetzt ne Fittischen Krüte hier hin bauen und eine dann... Ich weiß nicht wie krass das reicht dann, wenn wir beide durch haben danach. Reicht da ein so'n Ding? Weil hier theoretisch haben wir ja noch uns geflossen. Ja das sind Babyviecher. Ne. Kommen die jetzt auch schon. Und es geht eh so dunkel. Die tun hoffentlich nicht irgendwelche Leute irgendwie an... Locken. So wie ich kreische. Ich lasse hier jetzt überhaupt keinen Bock. Weil ich will jetzt schlafen. Ich mach jetzt speichern und schlafen. Ja. Bevor jetzt irgendwelche Mutanten kommen oder so im Dunkeln. Und dann in der nächsten Folge müssen wir unbedingt unsere Rücktrugsinsel bauen. Ja. Das ist glaube ich jetzt höchste Priorität gerade. Ich speichern mal kurz. Und dann gleich mal schlafen. Dass diese Nacht vorbei ist. Ja unbedingt. Eigentlich können wir dann noch vielleicht die Folge äh... beenden. Ja. Puh. Ach Gott sei Dank. Ah Schildkröte hat wieder bisschen Fleisch gegeben. Sehr gut. Ich glaube ich... Ach stimmt Leben. Wie kriege ich denn Leben? Wie war denn das nochmal? Ähm. Das war... Wenn ich jetzt... Bären essen kriege ich kein Leben oder? Ne. Mh ne. Du wirst wahrscheinlich... Aloha wäre. Scheiße. Haben wir Aloe Vera irgendwo? Hast du was? Ich könnte dir eventuell was geben, ja. Ich hab kein Aloe Vera. Was das cool ist? Den Topf kann man ja auch da auffallen. Das ist... Unbedingt Aloe Vera. Äh. Errichte das mal. Das ist halt kaputt. Du hast nen Hammer ne. Beide Garten. Beide Garten. Ten. Ich möchte noch ganz kurz was trinken. Kommt. Kommt. Wird fertig. Wird fertig. Äh. Was ist eigentlich wenn ich so Wasser koche und da was rein tue, kriege ich da Leben zu? Du? Für T. Man könnte mal ausprobieren so dieses T-Zeug, ja. Ja. Kriege ich da Leben zu? Weil das wäre geil. Das wäre echt cool. Können wir mal ausprobieren, ja. Aber jetzt komm. Äh. Erstmal ne neue Folge. Jo. Erstmal ne neue Folge machen. Alles klar. Danke fürs Zuschauen und... Genau. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.